So, willkommen zurück zu... Es ist jetzt nicht dein Ernst jetzt, oder? Wie viele das sind? What the fuck? 1, 2. Alter. Wie? Wie funktioniert das? Ja, komm, dann haben wir halt Freilandvieh. Mist, mir ist grad scheißegal. Ich hab jetzt echt keinen Bock hier, die alle zu töten und wieder einzusammeln. Dann rennen hier halt massenhaft Tiere rum. Wenn ich noch ein paar im Stall hab, ist es auch okay. Falls mir mal welche kaputt gehen, der Creeper oder was weiß ich, hab ich noch ein paar auf Lager dann, die hier rumhängen. So, 19 haben wir schon wieder. Es ist echt zum Kotzen. Das ist doch nicht dein Ernst. Wie viele das vor allem sind, das kann doch nicht sein. Warum sind das so viele? Mann. Also echt, ich versteh's. Ich muss es nicht verstehen, oder? Muss man nicht verstehen. Wie kommen die da raus? Ist das ein Bug? Funktioniert? Ist das auf der 1, 8 gefixt? Wenn ja, dann stelle ich auf 1, 8 um. Und zwar so schnell wie möglich. Zum Kotzen. Zum Kotzen ist das wie das Viechern. Ja, es wächst zumindest. Hier irgendwie nicht. Aber auf dem Feld sollten sie sich nicht rumtreiben. Oh Mann, was mach ich noch mit denen? So, jetzt hab ich ordentlich gedünst dabei und meine Kisten sortieren sie mir. Also selber. Sehr gut, sehr, sehr gut. So. Ähm. Hab ich alles wieder abgeliefert. Okay, komm, ich geh jetzt ernten. Und fertig. Mache ich erstmal mein Inventar leer. Das ist keine schöne Sache. Okay. So. Ähm. Das da rein. Das. Das. Da rein. Wolle. Wo machen wir die Wolle hin? Das können wir da rein machen. Zack, zack. Jetzt kommt das Eisen. Behalten wir mal dabei. Aber das nicht. Braucht nur ein bisschen Platz hier. So. Harder Nut. Clay. Und Dirt. Können wir da rein machen. Ja, können wir da rein machen. So. Efficiency Pumpkins machen wir. Shit. Hier muss ich mal zumachen. Ich benutze den Keller doch eh nicht mehr. So. Kürbüsse. Komm da rein. Das war's dann schon, ne? Das können wir eigentlich dabei haben. Zum Ernten reicht's. Wir haben hier keine... Hier lachen mich die Kühe bis zu schon wieder an. So. Gehen wir einmal durch. Ich glaub, da hab ich doch was zerstört, oder? Hab ich recht? Oder waren das... Sind das die Kühe, die mein Feld kaputt machen? Ja, mein Feld kaputt? Machen Tiere einem das Feld kaputt? Ich will's nicht hoffen. Aber hier hab ich grad eine Spinne gehört. Hier unten drunter muss... Ja, tschüss. Also, ich behandle die Viecher, die frei rumlaufen, nicht gut. So, wenn nur die Tiere gut behandelt, gehe ich auch. Stall, brav, aufhalten. So. Das ist meine Devise. Wenn die hier rumlaufen, sie schon irgendwie rausgekommen sind, ich will jetzt gar nicht wissen, wie sie rausgekommen sind, aber ist mir auch egal, denn... Wenn sie nicht drin sind, dann werden sie nicht gut behandelt. Fertig, Ausschluss. Thema ist Gessen. So, pflanzen wir hier erstmal wieder alles voll. Und erst danach... Ähm... Ernten wir auch noch die Karotten. Die haben wir schon lange nicht mehr gelernt, die Karotten. So, ich hör immer noch diese Spinne. Ich weiß nicht, wo sie ist. Vielleicht ist die mein... Scheiße, wie kann es sein, dass sie... ...in meinem Farmturm ist? Bist du da drin? Ja. Tatsache. Shit, shit, shit. Komm nur her. So. Okay, wo kommen die jetzt her? Ich weiß es nicht. Hier ist eigentlich alles ausgeleuchtet. So. Jetzt noch mehr. Ich hoffe, es ist wirklich genug ausgeleuchtet. So, jetzt essen wir jetzt mal ein Pumpkin Pie. Komm, jetzt werden wir noch einen. Auch wenn das jetzt Verschwendung war. So. Weiter geht's. Entgepflanzt. Ah, ist das so schön, dass sie ja grün ist. Das habe ich echt gut hinbekommen. Hier noch nicht, aber das... ...kommt auch noch. Eins am anderen, würde ich sagen. Wird hier noch grün gemacht. Ja, das sowieso nicht. Das hier könnte noch... ...das wird von alleine grün, ja. Da hat sich das Schaf schon was geholt. Weh, du hast ja... Da hat sich wahrscheinlich genau das geholt. Ne, ich dachte schon. Ähm... Noch mehr Siez. So. Ne, also diese... ...diese Tiere... Ich hoffe, das ist auf der... ...1,8 nicht mehr so. So, Karotten wollen wir auch haben. So, dann laufen wir hier... ...schnell im Schritt... ...schnell im Galopp laufen wir hier einfach durch. Und holen uns hier... ...es nach dem anderen. Damit ich meine Schweine auch mal füttern kann. Die müssen auch versorgt werden. So, dann können wir ihn die nächsten verfolgen. Vielleicht denken wir ihn wieder nach unten. ...in eine Höhle oder so. Und da dann ein bisschen Erze holen. So, das sind einige Karotten. So, ne, Karotten gibt es nicht für euch. Die sind für die Schweine. So. Mit da natürlich alles eingepflanzt. So. Und noch mal. Noch eine Reihe. Und noch eine Reihe. Ich hoffe, hier pflanze ich jetzt kein... ...nicht gleich ein... ...ääh... ...ein Kürbis hin. Ich wollte schon Kaktus sagen. Wie komme ich auf Kaktus? Habe ich eigentlich... Ich habe noch keine Kaktusfarme, ne? Ja, Kakteen. Brauche ich noch. Eine Kaktusfarme. Wofür eigentlich? Dann könnte ich aber mein... Ja, dann kann ich meine Wolle grün färben. Das ist eine sehr gute Idee. Also, wir holen uns noch... ...Kaktun. Kaktun. Ja, die Mehrzahl von... ...Kakten, äh... ...Kakteen. Äh... Scheiße, jetzt habe ich es schon gesagt. Die Mehrzahl von Kaktus sind Kakten. Oder... ...Kaktun. Auch ausgesprochen. Manchmal. Aber nur manchmal. So, alles schön. Nehmen wir das auch noch gleich mit. Wenn wir uns das... ...überm Kopf wächst. Jetzt habe ich wahrscheinlich... ...die restlichen Saplings, die hier waren. Habt nur 19 Stück. Die habe ich nicht aufgesammelt. Dreck. Dreck. Hexer. Aber irgendwie wollen wir... ...das Darkwood will nicht wachsen, ne? Kein Bock drauf. So. Oh, nee. So. So. Okay, das ist alles... ...Mann. Okay, dann bringen wir unsere... ...Erzeugnisse mal zurück. Ja. Kühe habe ich genug. Fleisch habe ich echt genug. Schweine. Könnten etwas mehr sein. Moment, da gehen wir doch glatt mal rein. 17 Stück. Das muss reichen. Hier, Schweine sind jetzt sicher auch gut drauf. So. Kommt her. Ich hätte gerne mehr von euch. Und nicht das... ...miss das alle abhauen. So, Moment. Können wir... Ja, Karottenkuchen geht doch eigentlich auch, oder? So. Ich will viele kleine Schweine haben. Also, los. Tut, was ihr tun müsst. Aber haut bitte nicht wieder ab. Werd euch aber demnächst dann trotzdem am Leben lassen. Damit ihr mir... ...noch mehr... ...Fleisch bringt. So, es wird schon wieder dunkel. Ich gehe trotzdem noch mal zu den Schafen rein. Halte denen noch mal Weed vor die Nase. So. Vielleicht hat noch mal jemand Bock. Ja, sehr geil. Sehr, sehr geil. So. So. Hierher. Yeah. So, bitteschön. Bitteschön. Oh, shit. Entschuldigung. So, das soll ich machen. Dann gehen wir wieder pennen. Hier sieht es doch auch gut aus. Wenn es mal geerntet ist, das Feld, ne? Also dann. Hier ist wieder mal Schluss. Für heute. Bis morgen. Tschüss mit dir. Und ciao.